Guten Tag, mein Name ist Bernd Eifländer von der Firma 50plus Deutschland. Ich möchte Ihnen hier die Pflegerufsets von der Firma Eldart vorstellen. Beim Eldart Pflegerufset gibt es zwei Varianten. Ich stelle Ihnen die Geräte hier vor. Das Pflegerufset ohne Quittierungsfunktion. Sie sehen, ich habe auf den roten Sendeknopf gedrückt und das Gerät hat sich selbstständig wieder abgestellt. Ich drücke jetzt nochmal auf den Halsbandsender. Das Gerät hat einen anderen Ton von sich gegeben. Sie können dieses Gerät auf verschiedene Töne einstellen. Das heißt, die Sender können so programmiert werden, dass sie unterschiedliche Töne von sich geben. Wenn Sie zwei verschiedene Personen haben, die zu pflegen sind, macht es Sinn, zwei verschiedene Töne zu haben. Zum Beispiel geben Sie einer Person den Armbandsender. Und der zweiten Person den Halsbandsender. Und Sie wissen dann sofort, wer den Hilferuf ausgelöst hat. Sie sehen hier das Gerät mit Quittierungsfunktion. Der Unterschied ist, dieses Gerät müssen Sie selbst ausschalten. Sie können es am Gerät selbst ausschalten oder mit einer Fernbedienung ausschalten. Ich demonstriere es mal. Der Vorteil des Gerätes mit Quittierungsfunktion ist, dass Sie es nicht überhören können, weil Sie es am Gerät selbst ausschalten müssen. Das Gerät macht bis zu 22 Minuten Geräusche und Lichtblitze, sodass Sie das unmöglich überhören können. Die Reichweite der Sender beträgt 30 Meter und bei guten Funkbedingungen auch bis zu 100 Metern. Falls die baulichen Bedingungen es nicht zulassen, zum Beispiel weil Sie starke Stahlbetondecken haben oder falls Sie größere Entfernungen brauchen, gibt es noch die Möglichkeit, einen Steckdosen-Subhitter dazwischen zu schalten. Dieses Gerät brauchen Sie einfach nur in die Steckdose zu stecken und es verdoppelt dann die Reichweite des Funksenders. Unsere Geräte sind deutsche Qualitätsprodukte der Firma Eldat, die sich in der Praxis im Gegensatz zu Billigprodukten bewährt haben. Wegen der vielen Reklamationen aufgrund der mangelnden Reichweite bieten wir billige Geräte nicht mehr an. Die Vorteile unserer Geräte sind, dass der alte oder kranke Mensch keine Angst mehr zu haben braucht, dass er im Notfall nicht gehört wird und dass Sie als Betreuer kein schlechtes Gewissen haben müssen, falls Sie im Haus anderen Arbeiten nachgehen. Unsere Geräte sind bereits programmiert, Sie brauchen sie nur auszupacken und können sie sofort einsetzen. Wenn Sie Beratung brauchen, können Sie uns gerne anrufen unter der Nummer 06063 841 9950 oder auch, wenn Sie bestellen möchten, auf unsere Webseite gehen www.pflegerufset.de www.pflegerufset.de